Ja genau, das merke ich. Scheiße, jetzt bin ich nicht mehr erst am Treffpunkt. Das ist eine Blamage. Also passt doch zu dir. Ich war sonst immer erst am Treffpunkt. Das lügt man nicht. Dann fress ja alles. Ich muss mich wichtig tun vor den Zuschauern, Mama. Was willst du? Was willst du wichtig tun? Ja du bist doch der Wichtigtuer hier. Da steht der Angeber, hä? Ja, ich war erst am Treffpunkt. Boah, jedes Mal verbremst ich mich. Komm, meiner! Ich bin immer in die falsche Richtung. Ich liebe dich. Ich weiß ja nicht, wie ich den noch bekommen habe, aber. Dicken Haufen drauf. Ja. Oi. Oi. Ehh. 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 Very nice. Komm, wie schnell der Bugatti rückwärts fährt, 60. Ich sag nicht, wie die Autos in den Filmen immer so schnell rückwärts fahren können. Spieler, wie heiß der denn, der ist das? Ah, ich bin zweiter mit 11.000 Punkten. Mann. Nein. ich wollte da nicht hin ich dachte jetzt hätte ich das spiel verlassen spieler aufgeschissen was soll ich denn jetzt machen? ah ja, jetzt guck mal insgesangt muss man da über jemanden drüber springen oder was? na, weiß ich nicht, bleib jetzt mal da einfach stehen ah ne, man muss weit springen man muss eh woanders drüber springen oder? nein, man muss weit springen sorry, sorry, scheiße, ich bin auch weg spring, spring du biatsch irgendwie hast du ja erst der weiter geschafft ach Gott ey, ohne Witz ich geh jetzt auf ey verdammt oh, verdammt und dazu bin ich auch noch schlecht ich bin im, Alter, 400 Meter der heck doch du kannst doch keine 400 Meter springen, Junge, bist du verrückt? Alter, 400... das ist ja unglaublich alles ist, das gibt's nicht oder der ist nochmal irgendwo abgeprallt und es hat dazugezählt ne, ne, ich bin ja auch eben grad irgendwo abgeprallt hat er aber nicht dazugezählt ja, der Typ springt doch nie 400 Meter also fahrschen kann ich nicht selber die immer mit dem Lugativen 600 Meter, warte, das zählt doch ach, das zählt dazu ah, ja dann ist es logisch boah ich fahr hier grad einen Kackhaufen zusammen Take down noch gekriegt nice ich dachte schon, Höhl einzelner Sprung 600 Meter tall, high tall heißt ja groß inaudits 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 brauchst du mich jetzt nicht zu verbessern, Jungs doch auf jeden Fall nein, nicht, 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 nicht in den Fluss scheiße ok ok, wir waren mit ihm jetzt nice Challenge abgeschlossen 3500 Punkte das ist gar nicht neust, Junge so, der kriegt einer 5000 Punkte der Gandardorf irgendwas heißt wo? der hat wahrscheinlich noch W XP weil er das Spiel neu gekauft hat die nicht oh, schlecht oh, schlecht nein, ich hätte fast einen Clips geschafft Ich bin über den Zaun gesprungen gerade und bin auf den Boden aufgekommen und nicht gecrasht, ich bin in der ersten Zeit zwei Sekunden später gecrasht. Hannes der Erste, der gab es nur DAF, der hat Double XP. Der war gerade Fünfter und hat 5000 Punkte gekriegt, ich habe nur 3000 Punkte gekriegt, war es weiter. Ach stimmt, das gab es da glaube ich, gell? Also das heißt, der ist hier kein würdiger Gewinner, als der würdige Gewinner ist, bin immer noch ich. Ja, ich bin der Zweite. Ja, ja, dann hat er keinen Double XP. Natürlich, der war gerade Fünfter und hat 5000 Punkte gekriegt und ich habe bald Zweiter in dem Rennen gerade eben gemacht und 3000 Punkte gekriegt. Brauch ich gar nicht so gucken mit dem scheiß SL. Rennen wir rein noch. Erstmal in die falsche Richtung. Ja, genau das habe ich mir gedacht, ich habe den Kontrollpunkt verpasst. Ja, ist doch gut, wenn du crasht. Boah, ich bin Zweiter, weil alle immer so früh losfahren und ich glaube, das ist das Rund-Kurs-Rennen um den Park. Ja, das ist das Rund-Kurs-Rennen, aber im Bugatti ist es ein bisschen schwierig. Ich bin mit Gold und ich muss mich jetzt erstmal mal einsetzen, sonst verkacke ich alles. Boah, so, jetzt habe ich den überholt, der mich fährt. Nein, ich habe doch gesagt, wenn man Scheiße sitzt, dann fährt man Scheiße. Das ist doch eine gute Ausrede. Oh ja, aber ich bin jetzt richtig und bin auch gerade Scheiße gefahren. Ja, das ist dann richtig Scheiße. Boah, ich fahr. Boah, ich fahr 300 hier in den Kurven. Boah, ich fahr. Boah, ich fahr. Ja, hat es gerade Ruggler. Ich weiß nicht warum. Hat es bei dir auch Ruggler? Nein, weil mir läuft es Flüssig. Alles. Ja, ja. Okay, dann nix nicht dein Haus. Ja, ich bin der Haus sowieso. Ja. Kann natürlich ein Flüssig sein, aber... Kann natürlich ein Flüssig sein, aber... Kann natürlich ein Flüssig sein, aber... Ich habe ein endliches Nitro-Grad. Und jetzt bin ich nicht mehr Flüssig. Da darf ich bin nicht hängen geblieben. Oh, das ist ein Wenn! Und ich bin reingefahren. Ja, bis du mich aufholst. Dauert nicht mehr lange, mein Bugatti. Ja, ich bin schon gar nicht recht. Nein, du bist auf deiner Seite von der... Ich hab mich grad gedreht. Hab's gesehen. Aber weißt du denn, welche Farbe ich bin? Ja, du bist halt blau. Es gibt noch einen gelaufen hier auf dem Map. Unendliches Nitro! Das ist gefährlich! Oh! So viele Kanten! Boah! Der lenkt einfach nicht! Ah, nicht fahr so schlecht! Ich fahr jedes Mal an der selben Städte rein ins Haus, weil ich einfach unendliches Nitro habe. Ich hol die Mongos vor mir nicht mehr auf. Ich hab grad einen überrundet. Was gibt's? Wer hat da einen Bugatti? Boah! Boah! Irgendjemand... LOL! Da ist halt kein würdiger Bugatti-Fahrer, so würde ich das mal bezeichnen. Das Spiel läuft... Äh, läuft grad so schwerfällig. Jetzt erstmal anhalten. Ja Mann! Ich überhole gleich ein! Ja, ich bin jetzt dritter! Ne, ich bin immer noch vierter! Da ist Ziel! 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 Ah ja! So, was mach ich jetzt? Ich weiß was du jetzt machst. Erstmal... Ausschalten! Mal kurz in den Explorer gehen. Mal kurz in den Explorer gehen. Mal kurz in den Explorer gehen. Mal schauen. Ich muss das hier im Auge behalten. Mit der Gigabyte-Zahl. Wie viel hast du noch? Sechzehn. Von der einen Terabyte? Nein! Nein! Ich nehm mich auf die externe auf. So! Die interne, die man halt nicht so viel hat. Du wirst grad so oft ausgeschaltet, junger Junge! Ja! Ist mir egal! Mal kurz nachschauen, wie viel... Speicherplatz ich jetzt hab. WTF? Noch 12! Okay, dann würde ich sagen, mach ich hier kurz eine Aufnahme-Pause. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Oder vielleicht schneide ich auch gleich was dran. Wie immer, wie auch immer. Keine Ahnung. Also... Ciao! Fertig. Der vielleicht... Okay, dann häng ich jetzt hier noch kurz... Ah, ist dann die Aufnahme dran. Das kann dir ja. Es gibt das Rad jetzt grad doch zu Ende. Das ist ein Glück. Für... Okay, und ich will Vierter. Was wolltest du noch mal? Ich wollte Zweiter. Okay... Also dann hier ein endgültiges Auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Okay. Okay, wir gehen.